so und hallo liebe zuschauer hier in meinem spiel zu weitermachen naja so neu ist es eigentlich nicht schon 2018 rausgekommen ich werde mal ein bisschen so ein bogen drum gemacht weil mir die präsentation nicht so richtig gut gefiel weil man so ein bisschen kühl und kalt ja so war ich noch mit anderen sachen beschäftigt das spiel von paradox mag ich eigentlich da habe ich auch schon spiele von city skyline zum beispiel hat mir auch sehr gut gefallen hat zwar meinen rechner ziemlich aufgefressen nachdem so ein paar millionen autos da erst mal umgefahren sind ja aber paradox games haben immer eine coole sache mit diesem mod also die community kann an diesem spiel immer was mitbauen die optik verändern oder noch neue spielelemente reinbringen sind immer ganz cool wenn andere spiele sich da sehr schwer tun irgendwie die community einzubeziehen ist man hier ein bisschen offener und ganz praktisch okay und ja ich würde jetzt hier auch mal in die spiel reingucken weil es war jetzt auch im sale und dann dachte ich ja mein gott das ist jetzt was habe ich da die deluxe edition für zehn euro also ja mein gott kann man nicht so viel sagen zwei kaffee in gewissen kaffee läden kosten mehr als das also was soll's habe ich das mal ausprobiert und ich werde jetzt hier mal reinschauen wie das hier funktioniert also ihr müsst auf der maße überleben wir schicken leute hin und versuchen nicht drauf zu gehen das ist erst mal alles aber schon mal ich habe auch keine ahnung wie es funktioniert ich habe noch nicht reingeschaut das ist jetzt der startbildschirm also ich bin jetzt absolut der absolute anfänger ich habe null ahnung was wir machen müssen ich denke mal hier das wird tutorial sein wie es dran steht challenge mode lasse ich wahrscheinlich mal weg weil da gehe ich wahrscheinlich so direkt da habe ich keine ahnung von jetzt sind auch ein creative motor kann man anscheinend nicht einfach was ich hin basteln okay hier macht man neues spielen wir haben noch keinen spielstand wir wollen sagen was verkaufen ist auch okay soundtracks sind bei paradox auch immer ganz nett also die geben sich immer sehr viel mühe mit musik mit radio und was alles im hintergrund läuft also von ja auch bei city skyline schon cool sehen was es hier so gibt keine ahnung ich habe die musik jetzt hier ein bisschen runter gedreht weil sonst stört sich vielleicht nochmals leiser machen stört beim sprechen also man hört mich doch nicht so ist vielleicht auch ganz gut manchmal aber das ist ein bisschen vieler noch einmal gucken wie es im spiel ist also ich denke wir fangen mit dem tutorial an das ist nicht verkehrt wenn es eins gibt viele spiele sparen sich das jahren dingen die leute können sich im internet hat alles selber aussuchen gibt der youtuber die das kostenlos machen vielen dank finde ich ehrlich gesagt scheiße wenn sie schon geld für das spiel verlangen sollen so ein tutorial einbauen sorry das könnte mal einfach dabei so was haben wir hier jetzt schönes wir können einen dom bauen auf dem mars colonisten maintenance exploration basics ist wahrscheinlich sinnvoll hübsch ist bild so wie es auf maß hat auch aussieht wie eigentlich absolut überhaupt nicht aber es ist doch gar nicht mal und die ganze bade kressos ist von so marschen so fäßt das modell und die reviews rocket in order to send it back to us let's get started und geht dann jetzt such as this one will appear throughout the training process giving information on how to advance in your current tasks eben eine karte mit einem gitter okay you need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site die üblichen wstg dünse die üblichen wstg dünse hier kann man drehen und grün sind langsam gut now it's time to learn the first rocket wenn noch gar nicht so weit ich hab noch gar nicht alles gedreht landing rocket muss ich selber machen mit autopilot das ist wahrscheinlich schon dass der ausgang selekte designate landing site on the indicated location weil ich wissen wo die ist zu fahren die jeweils zu fahren zu fahren von rot ja da wo das grüne war hat ja gar keine ausvermöglichkeiten die pfeifen die lande doch von selbst ok so ein dickes schiff die leuchten raus und sagen scheiß ich sehe nichts los ok was haben wir hier kann kann drone und we have touchdown the rocket has landed on mars du hast du sehen ja carries drones uh-huh controls Roberts ähh 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 place a metal depot so the drones can automatically bring metals from the scattered surface steps it's nearby got a five metals got a five metals and a metal slip bow so die fuselung jetzt hier rum die kleinen kerlchen hier putze ich aus ja die könnte auch bei mir in der wohnung aufräumen habe ich nichts dagegen ähh so aber man kann auch hier mit der maus nach oben um an die karten ran gehen das finde ich ganz praktisch okay so was soll ich jetzt machen und das bauen hier ne wie war das build menu so hier depot metal depot docking objects okay also hier in dieser zone kann ich nichts machen kann ich also dann da einbauen game speed plus und meines die tasten habe ich jetzt eigentlich so gar nicht bei mir wenn wir jetzt mal gucken hier oben ich habe so eine gaming kastatur und da habe ich keine nummern mit oder das pausen kann man aber auch wahrscheinlich mit dem ausmachen okay mal ein bisschen gas kommen die jungs arbeitet man hier woher gerne noch nie kriegt ja gar nichts our rocket carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony initially it's best to designate a universal depot so the drones have a place to store them place here universal depot near your rocket oh yes oh yes uh where can i build this under an universal depot jawoll so i am a duds the windows and man up daneben i mean he's about me with metals concrete is the other vital basic construction resource uh-huh concrete okay the concrete extractor building must be placed over or within proximity or concrete deposit yes wo ist das eigentlich alles in englisch frage ich mich von der bild menü selekte bilder komplexer und place in location yes okay ja jetzt das ist langsam da alles für schöne sachen sind noch chips drin so was sollen wir jetzt machen hier drauf ein concrete extractor ja wo kann man den hin flammen hier no cable connection da habe ich auch nicht ne wo ich hier haben dann kann man so drehen okay wo geht das oh rechts well done now observe how the drones will carry all the resources to the site and then construct the concrete extractor ja gut das geht ja nur schneller weil ich die zeit beschleunigen das geht nicht generell schnell aber nicht draufklicken so was machen jetzt hier die gerdchen die wieseln jetzt hier rum die guten laden den kram ab so schon mal nice hier wird gearbeitet fleißig den mag ich wird befördert er kriegt neue batterien die bauen hier ab oder was sehr schön ist essential for the success of the colony so was das ding hier ein stoner generator so kommen direkt in der nähe bauen aber nicht so viel kabel war klaus zu generis produkte schon dass das power produziert nicht so Oder? Wo nicht mehr da hin? Und die Arbeit mit kleinen Scheinen einfach nachts. Flop, flop, flop. Weiß ich. Kleines Pünktchen. Ah, gut. Waste rock is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations this way you can ensure that it will not be in the way of future construction place about big side and concrete depot to store the extracted concrete okay baut hat auch sturm keine ahnung wie viel strom das ding ins kippen 10 doch was was der macht hier auch was so also so ist ein maßtag so viel okay das müssen wir jetzt bauen hier so ein depot ein konkret depot wird wahrscheinlich näher bauen denke ich muss direkt hier noch mal kleinigen droiden hier machen ob der hat trägt okay schmeißt sofort den würfel rein sehr schön die haupte wird von hat hallo macht denn damit eigentlich lagert das hier hier liegt auch schon zeug rum ist immer das ist hier akten wahrscheinlich nie machen um und ein dumping side und die im dumping side amana also relativ meiner nähe denke ich ganz gut drones will pick pending tasks on their own within the range of the drone controllers they are assigned to build the drone hub and make sure it is supplied with power yes we need power all the time i think so the thing here the infrastructure i'm drawn up braucht drei energie ein maintenance so wenn ihn direkt hier an den strom ach die eigentlich damit hier irgendwas schabt von oberfläche was ab okay so jetzt macht ihr mal euren drohen habt wird hier ein müll schon mal hier nicht so schön aus ob ich kann klicken darüber noch mal von den mann das wird der bastel fleißig was eine drohne so schafft in der kurzen zeit das haben wir schon zwei zultane okay die komisierenden batteries hier noch alles jetzt auch noch eine richard station die wege blockieren das wäre nicht so gut haben wir das dahin besteht hier nur rum hallo arbeiten was los wer da keine energie geht noch 67 prozent kann man so bei jeder drohnlichen ablesen sagt die noch hat der 80 warum hat der mehr da nichts getan die ganze zeit das ist ja ja der guckt jetzt auch nur zu der ding hier sich dreht der ganze strom reicht jetzt nur hm 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 z hm m für die das ist also mit water und dann muss schon weiter an einer führung an euch zu reparieren wir sagen dass es den staub trockenbogen die wasser ausziehen der letzte aber nur ein strom durch oder ähnlich so einem neustrader der baut über fünf strom das heißt die bauung auch wieder sagt kann man nicht bauen weil das ding hier das nicht will oder wenn das ding hier dann bauen wir das dahin hat soll es von hier irgendwo sehen wo wasser wäre nehmen das ding macht und einfach dann hat in der frau das wunderschön zu ganz wo ich sagen vorne das ist anscheinend wurscht um das in bord so dann brauche ich jetzt aber doch energie freunde ob ihr das jetzt wollt oder nicht aber ich kann nicht bauen wird kann man sie abschalten jetzt haben wir wieder saft ja das kenne ich das problem der energie das ist wie bei city skyline hast du auch immer zu wenig ist eine große kraftwerke hast so der macht jetzt hier wind und saugt durch feuchtigkeit aus dem mars boden ja wie wir das dann heißen soll man auch mal machen und schlöpfen auch in den saft aus dem tier das produzierte jetzt hier so ein wasser na gut maß ist trocken stehen die alle um die kleinen kärtchen hier nichts zu tun er war provisierte hier ich war nicht von anklicken gut jetzt aber die führer finner die baum na mord den aufbauer du die putz dann bau den scheiß erst mal und dann guck mal aber er lässt mich auch hier kein nichts mehr bauen wir können auf den kabel legen dann bringt uns ja auch nichts mehr verbunden daher haben wir auch sturm don't have sufficient power for all the buildings in the column yeah will you still in general and the power network ja danke die ganze zeit jetzt ist das auf der baumann hier kommt wichtig jung ich brauche saft okay wir haben jetzt uns sechs wirklich viele so meinung nicht das ding haben jetzt ausgeschaltet und das wieder einschalten system of pipes is used to deliver resources such as water and air where they are needed ah pipes pipes nda nda im f nda es ja i don't know nda nda z nda Okay, das arbeite ich nicht, war klar, dass ich bin. Ist das nicht Connected jetzt? Ich würde noch eine bauen. Achso, ich muss noch so ein Ding treffen, wenn das reingeht. Aber war das eigentlich relativ unnötig hier? Okay, naja, was soll's. Ist ja nur noch ein Tutorial. Was ist das, oder was? Also, wir finden was, oder was? Ja. Okay, wir füllen die Rocket. So, das Ding alles so an Bord hat er da auch vielleicht sieht man hier, okay. So, die transportiert jetzt alle fleißig wasser nicht aussieht. Kleine Kerlchen, der braucht aber eigentlich mal Strom, aber letztlich nicht schon selbst das aussieht. Ja. Mal, ob ich mein Problem jetzt nicht wollen. Dann kommen wir in die Schraubfresse und dann bauen wir neu. Der transportiert hier jetzt hier auch was. So. Jetzt mal eins. Also das, was der. So. Das gute Ding ist dann viel. Okay. Okay. Dann können jetzt hier die Käfer auf. Okay, kommen gut raus, wie muss man sagen. So richtig schöne Gegend hier. Nichts los. Keine Kneipen, aber die muss er erstmal bauen. Was ist das hier so aus? Dann haben wir die Seite. Also. Wie ist das auch Plastik-Look heute, ne? Na, kann man noch einiges bauen, ne? So. Wie ist das hier noch? So. Wie ist das hier so aus? Noch ein. Komm, Leute. Jetzt. Hier. Los. Robbi. Du schaffst es. Ein damit. Flump. Jawohl. Select the Rocket and Press. Donau und Spotten. Hier oben. Return to Earth. Open Reward Overview. Automated Mode. Aha. Da muss man eine Route einrichten. Zu Erde hin und zurück, schätze ich mal. Da muss man das hier. Da muss man das hier. Da muss man das hier. Verlaufe mit Exports. Wenn ich mit den Rohstoffen mal abhauen muss, also verbieten. Priorität. Dann machen wir mal Return to Earth. Jawohl. So. Das ist mal nicht klein. Weg, weg, weg. Das heißt. Hui. Auf geht's. So. Weg ist das Ding. Und du? You have finished the first tutorial. Thank you. Äh. Ja. Wo ist jetzt mein Bier? Na gut. Haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Das war jetzt das erste Tutorial. Und ich würde hier direkt nochmal gucken, warum ich eigentlich alles in Englisch habe. Kann man das nicht umstellen oder so? Nein. Controls. Kommen wir uns hier einstellen. Ja, da. Ja, da. Ah, Brasilianisch könnte ich auch machen. Würde ich auch kein Wort mehr verstehen. Ich werde mal vorher drauf kommen können. Jetzt habe ich mir ja gar nicht anders angeguckt. Ich habe nur wegen Audio und Grafik geschaut. Hier müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen runter gehen. Ja. So. Jetzt haben wir jetzt plötzlich auch in Deutsch. Hui. Wie das geht. So. Jetzt machen wir die Erkundung. Mal sehen, was da passiert. Spannend. Hallo. Der Video Streaming. Na gut. Der Text ist in Deutsch. Rovers. Rovers sind Fahrzeuge oder viel so nützlichen Funktionen. Ja, früher waren das hier mal Autos. Mit denen können wir sowas transportiert, drohnenbefehligt und Anomalien analysiert werden. Du hast die direkte Kontrolle über alle Rover in der Kolonie. Und die transportieren auch Ressourcen, Drohnenbefehligt und Anomalien analysieren. Während den ferngesteuerten Transporte aus und bewege ihn zum festgelegten Bereich. Das Ding da. Haben wir ein Rechtsklick. Oh, das ist ja nicht ganz schnell. Mhm. Okay. Drohnen können Ressourcen direkt aus dem Transport übernehmen. Das ist also so eine Art fahrendes Warenlager und gleichzeitig auch ein fahrendes Abbaugerät. Wie das aussieht. Okay. Wo guckt ihr jetzt? So, hier ist Zeug. Komm, fahr mal hier hin. Mit Rechtsklick kann ich ihm ein Befehl geben. Lad das Zeug hier ein. Rechts. Nichts. Nichts. Guck. 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 Fertiment. Der Vogel. Werden den fängesten Transporte aus. So. Und bewege ihn mit Rechtsklick auf das Treibstoffdepot. So. So. Da muss ich dann draufklicken. Das trifft halt auf das Depot. So. Das ist doch kompliziert. So. Jetzt guckt er hier rum. Und aufgeladen. Mhm. Und aufgeladen. Mhm. Gesteinsabfälle. Elimitane Äpfel. Ja. Gut. Wenn er die findet. Er bringt hier wieder frisch. Okay. So ne Vogel überhaupt. Ach da. Wo der ist angewählt. Da ist eine weite Strecke hier. So. Oh. Oh. ja und erfährt dann los war richtig schnell da kommt an gedackelt und laden und da kommt schon mal eine kleine drohnen und buckeln das zeug in die in die kiste hier warte müssen in 30 stunden gemacht haben weil dann steht aus und starte sie das haben wir eben schon mal geübt wie es geht die bringen das alles schön da rein das ding auch automatisch gesteuert so ein bisschen wie so ein staubsaugeroboter ja da kommt mir noch ein bisschen kommt es gibt gas jungs so jetzt haben das gleich und die geht unter hier oder was ist jetzt so wirklich so geht das aufgeht zur weiße drohnen ihre geht jetzt weg ist neu zu weisen weise den rumnageligen drohen abzu kann man das alles so machen die rc transport is able to gather resources directly from surface deposits without the help of drones die fahren jetzt hier selbstständig zum depot okay und er hier soll jetzt dahin fahren okay kommt er fährt also der dreckhaufen ist jetzt hier ressource so gibt schon led lämpchen angeschaltet und auf geht's da wird fleißig eingeladen 5 irgendwas wenn man sieht man da jetzt hier eigentlich mit halle ok schnell mal verklicken hier das ist das in folge kann ich das ding auch let's set up in the hall ex-land some distance away from the main base stellen transport route zwischen den universallage einer basis und der markierten position oberhalb oberhalb der hauptbasis transportrouter stellen müssen wir denn überhaupt hin hier unten ja wenn den rover aus blut zu den transportrouter stellen klicke mit links auf das universallager also hier drauf alles das war also eine guter stelle So, dann gucken wir was jetzt hier noch passiert, die sind hier weiter pflanzig und produzieren oder wir haben hier Solaranlagen, oh komm hier, okay, so und der lädt jetzt hier im Schrumpf ein und haut jetzt ab. Okay. Achso, das sind alles. Hm. 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 drohen zu gut für alle drohen sich für die berufstöne so nette alles sein okay okay dann so dahin fahren drohnenkommandeur kunder transporter jetzt hier den kundungsfahrzeug das hat man noch nicht was man erfährt jetzt ok sensorturm zu bauen und stromversorgung okay so das ding es kennt dann einfach so die gegend um an sensorturm und einen steuerigen generator sensor turm so packt meine drohen aus so das ist so weit gefährt ist doch einer you are trying to place a construction outside of the work range of your drones ob das aber jetzt suchen okay sie immer gar keine rakete oder ich nicht die haben ja weggeschickt dann fahren wir dahin oder nicht jetzt geht es ja natürlich keine kabelverbindungen habe auch kein nichts wo ich kabel machen kann hier vögel so er ist jetzt hier am zaubern und hat das gestellte funktioniert nicht das gebäude woran kann das liegen ein stirrling generator dem klatten jahre daneben so ja eigentlich nicht weil ich nicht schon dran jetzt ein komisches der macht dann kann ich auch die wuseln jetzt weiß ich rum das haben wir gleich unseren sensor und strom exploration neue sektoren skilme ressourcen die vorkommen anomalien zu entdecken kannst du die karten sich tun öffne die karten sich jawohl da du kannst gern sektors ab dem herzen und discover new resources and anomalies sondeneinsatz wenn eine sonde um einen sektor zu erkunden eine orbital sonde dann sie können also sektors für scanning warte schon sieht man 11 11 metaller gibt es hier gebaubbares gebiets gibt es hier relativ viel in den krater weniger ok so ok den ferngestelltener kunden auch die ganze zeit schon haben die anomalie mithilfe eines ferngestellten erkunden das ding da die markierung in unserem kleiner kunde ja ja okay wie ein kleiner stoffe aus und wer soll es denn gut so konnte ich erfahren was macht er jetzt mal der scannt so sieht es gerne aus freunde strahlen aus und so ja gut der analysiert jetzt hier so vor sich hin die technologie jetzt jetzt in maß gefunden haben wir liegen wenn häufig forschungsboni die freischaltung und technologien öffnen die forschungsanzeige okay wo sind die überhaupt aber forschung aktuelle forschung nichts ja also war keine zeitgrad die bahn berechnende technologie wenn du eine technologie von einem gründigen bereich erforscht schaltet sie damit eine neue technologie frei das ist ja jetzt nicht so ganz ungewöhnlich bahnbrechende technologien sind einzigartig werden durch eine molin freigeschaltet also die kann man nur durch eine molin kriegen der reihe minzen eigentlich zur forschung ein so also die man ist das drohnen schwarm robotik drohnen habs werden wir zwei zusätzlichen drohnen gebaut das maximum an drohnen wird auf 80 erhöht kostet 1000 links also gut das gibt es hier noch wie kann man windreiler abgräder windrad upgrade zu finden so die mehr roter blätter haben also mehr strom die können wir einmal nicht mehr geld was ist das nutzung des erdreis neues gebäude farm logie hochhaus apartments wofür bräuchte ich noch gar keine kolonisten wir haben ja nicht mehr für einen planeten spezies also wirklich macht ihr alles kaputt logic turbine wir machen jetzt das also ich dachte sagt noch was mir gut nett will ich also gut command eine sache noch jede technologie kostet einem schimpfen an forschungspunkten die auf verschiedene arten generiert werden zuerst erhältst du ein paar forschungspunkte von einem sensor ich habe sponsor okay wer ist das wo man hat die mir noch kein geld überwiesen sobald die ersten kolonisten eintreffen kannst du forschungs laboren bauen die forschungspunkte schneller generieren ok der echten seite forschungsanzeige studie auch schon pro soul generierte forschungspunkte schließe die forschungsanzeige was zu tun abzuschließen der rechten seite forschungszeige der meint das hier damit ja statt hier so was war ich jetzt irgendwie wieder wie ich so blöd oder das missverständlich wir gehen mal von dem ersten haus also dann sind jetzt was kommt danach unbekannte technologie ja das ist natürlich schön dass man da an unbekannten gut aber wenn ich die immer durch eine molino krieg da bin ich ja ganz schön viel rumwurschen na gut gefallen scannen 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 die blöd man findet irgendwas und dann erforscht man das in diesem tutorial gelernt wie man die verschiedenen rufe fahrzeuge steuert ja so halbwegs was jetzt auch wie man sektoren scannt und neue technologien erforscht bis zur perfektion ich weiß jetzt alles zunächst das tutorial strom wasser und wachtung sehr schön damit die menschen wohnen so jetzt sagt das forward base has gone through a major dust storm der sagt immer nur einen satz ich habe da nichts anderes vor hier erfahren wir alles über strom lebenserhaltung gebäudewartung und meine erste kuppel gebäude wartung also müssen den ersten hausmeister engagieren hoch mei das ist ein hübsches gebrauch ist hier ist things first und schlacht und unnecessary structures der beton extraktor schlacht in den beton extraktor aus ja das hat sich gut so ein bisschen ein paar proxel jetzt schlachten schaltfläche schaltfläche ausschlachten da zur störung dieses objekt okay und jetzt drumversorgung ist drohen und sondern auch solarkollektoren das haben wir kaputt gemacht also bauen wir an derselbe stelle jetzt ok den bauen wir jetzt da hin das sind die stromleitungen jetzt hier oder was hier muss der solarkollektoren macht fünf stunden die wenn man wahrscheinlich hier in baum geschützt sich so macht den jungs hier steht eh nur hier rum und posten vor sich hin näher gut posten noch mehr wasser für erodieren so ein bisschen durch wind und sonne und jetzt bauer ich war doch gar nicht weis man traktor zu bilder windturbine Wind Turbine, Wind Turbine ist eine gute Solarkollektoren, Tag und Nacht funktionsfähig, ja, kann man mal sagen, vor allem bei den ganzen Mars Winden sind das eigentlich bessere Dinge als diese scheiß Kollektoren, die sind dauernd gestaubt, Instandhaltungskosten, ja, die müssen wir über Öl uns quietschen, die so furchtbar, bauen wir ein Windrad und schließe es an das Stromnetz an, okay, ich wollte eigentlich hier das Ding priorisieren gerade, jetzt haben wir eigentlich diese Symbole hier, die nicht so ganz verstanden, bauen wir Wasser oder was? So, was war das jetzt hier, bauen wir ein Windrad, jawohl, ganz ökologisch, vermutlich dahin, so kommt Jungs, bewegt euch, den ganzen Sol-Tag-Zeit, verdient es dann, okay, die machen hier irgendwas, ich mache hier einen Job, bis auf die Jema-Urlaub, so, die bringen es hier, wo es aussieht, und dann, äh, also hier arbeitet nur einer von denen hier, zwei, ja, was machen wir, die Roboter, so, flup, 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 das rät sich, eben gesagt, dass sie wollen, dass auch nachts gut sind, die Windräder, so, solange auch nachts über Strom, ja, es klappt, Akkumulatoren, mit Hilfe Schichten, kannst du Gebäude über Nachtautomatschaftsschichten, es gibt drei Schichten, die erste Schicht, die zweite Schicht, die Nachtschicht, äh, Gebäude, würde ich nur wegen einer aktiven Schicht Stromressourcen und Arbeiter, ziel, der aktiviere die Nachtschicht beim Feuchtigkeitsvaporator, und bei der Treibstoffaufgabe, hä, okay, die arbeiten mit Schichtbetrieb, da in diesen Dingern, äh, okay, wo man steht, ach, hier ist das, das ist die erste Schicht, von 14 bis 22 Uhr, und dann, kommen mir irgendwie kann vor, ist das auch, so, 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 nachts, die Stromverbräuche ein bisschen unterliegen, und last, as Buildings require maintenance, and we are out of resources. Alle 6 oder 7 Souls, wo gewartet werden, nun, zudem haben wir auf eine Ausstellung simuliert, ja, dankeschön, Drohnen kümmern sich automatisch um die Reparatur, wenn sich Metall in Reichweite des Kontrolleurs befinden, ziel, untersuche den ausgefallenen Solarkollektor, so, da, das ist das, Wartung, äh, letzte Wartung nicht zutreffen, hat sich also keinen Schweinrohr gekümmert, hier, was macht ihr eigentlich an den ganzen Tag, so, was machen wir jetzt? We need more metals to secure this base. Use the RC Transport to collect some metals and transport back. Fending um 20 bis 30 Metall einzusammeln. Ziel, liefere mithilfe des ferngestellten Transporters 20 Metall in der Basis ab. Wo sind wir hier? Ja. 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 So. Komm, gut, Gas. 20 Metall. ressources in dienst habe ich auch gemerkt kind kommt aber jetzt spät damit aber jetzt so der hat jetzt schon sechs gesammelt die kleine hier land ein robb ist im hunger und mann verbrücken so 19 kommt ein noch jawohl reicht ist schon dricks so 30 ausgeladen jetzt kommen sie plötzlich alle hier aber jetzt ist ja okay mit der spannende ok ziel öffnen die nachschub anzeigen und fordere fortschritt durch das hohe ist von der erde an ok wo ist denn diese hier ok fragt man bestelle 20 polymere maschinen tonische geräte also das holen wir jetzt von der erde und sagen hallo hallo wir haben jetzt hier gerade ein problem und die technische geräte und immer das schränke mikro das ist zu teuer das kostet mich was sie wird es hat hier millionen oder was dollar waschmaschinen das schon elektronische geräte auch geleist maschine so stehlegungs protokoll ok für diese freigeschaltet seitigen überreste des beton extraktors ich dachte ich habe mir schon deaktiviert und nicht und sprengen jetzt die luft oder was wieder neu machen wenn man will und dann machen wir jetzt hier bums der fährt jetzt dahin mit dynamit und dann ok kann ich kann man mit dem beton vermogen worden aus schlachtwerkzeuge auch schlachten die besoßen bricht dann wieder ja ich glaube ja schon so rakete wo bist du die wochen und weile von der erde ist natürlich klar was hätten sie hier natürlich jetzt schneiden können dass sie jetzt schon wieder kaputt leute so jetzt können wir landen was hier da kommt und geflogen strom am kuh akkumulatoren auf die strom in die nacht oder für notfälle zu speichern okay warum sein handy mit laden ein bauer einen strom akkumulatoren schließlich ins stromnetz an zu 40 solarkollektoren und windräder voraus zu bauen mit der genügend strom zur erweiterung der maßensicht zu stellen ja öfter das baumonil platzieren einen strom akkumulatoren finden mit dem bestehenden strom jetzt sind wir hier alle fleißig die jungs sind der akkumulatoren so den sozialen flanschen jetzt einfach mal dahin so wie so eine stromleitung jungs baut baut mal eben so jetzt haben wir einen akku oder ist essential für die marschen colony der wasser gestritten hierbei ja gut aber ich musste bilden zu konstrukte water extractor mir die worte passen ja aber ich soll jetzt strom bauen vogel dass wir hier mal machen jeder will nicht dass ich selbst er will jetzt dass ich den bauer ich muss das jetzt bauen okay ach ja was will er jetzt noch genau was extraktor stromleitungen so ganz elegant warum sind die gerade man es ist krumm nur darf ich jetzt mal noch strom bauen der wasserextraktor ist bereits aber wir haben keinen speicher wasser das ist eine blöde reihenfolge andersrum bauen sollen wir möglichen wasser wir kuppeln farben und die polymer produktion da ich was noch nichts davon haben können wir jetzt in einem wasserturm speichern weiche so wichtige sicherheitsmaßnahmen da sind eine kultur mit wassersauerstoff um strom versorgen bauern wasserturm und verbinden hilfe von rohren mit dem wasserextraktor wo ist er denn unser kleiner wasserturm so wo haben wir müssen aber auf jeden fall saft dann löten wir dem man da auf dem boden so haben wir noch irgendwelche dämlichen rüber nachführen wo man die normata los das ist jetzt noch ein anschluss so wie viel ziel das zu steuern jetzt sollte eigentlichen zeit strom bauen aber es ist jetzt kein okay jetzt kommen erste kuppel bauen so hier sieht es schon mal ein fußballfeld aus oder baseball platz kumpel so ein riesige bäude zu unterbringen von kohlenisten ok viele gebäude innerhalb einer kuppel bauen die baum also da drin manche bieten für den betrieb kohlenisten ja und bieten nur begrenzt platz sie können hier noch mit durchgängen verbunden werden die konzern gesteuerte transporter das ist um metalle abzubauen und nachschubpaketen und von was die ressourcen benötigt werden so bauer eine standard kuppel wusstest du dass du das baumenü mit rechts oder b öffnen kannst nein hier ist es ein riesen dings hier b b b so wissen wir das auch die können jetzt einfach hier so hin flammen oder was öffnen das baumenü und baue eine standard kuppel so vermutlich hierhin so man sieht man die machen kleinen kärtchen hier jetzt eigentlich strom bauen den kabel kommen die daneben ja jetzt kann ich was machen gut ja wer sagt das ist nicht so schön so die bringen fleißig ressourcen hier sicherlich brauche beton mentaler beton natürlich schlauerweise vor die beton extraktionen explodieren lassen wo das hier nicht brauchten ja ja und 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 Damit auch. Oder fährt er jedenfalls nicht hin? Okay. Und die ging jetzt noch alles? Scheint. Strom haben wir jetzt minus zwei. Wir gucken, ob die bis sowas noch ausreichen. Wo kommt Strom haben? Also zu wenig eigentlich. Lebenserhaltung. Was haben wir hier noch? Nahrung. Elmettaner. Ponymeer. Häuser, Arbeitsplätze, kann man hier sehen. Okay. Abtut, der gibt es auch. Die sind direkt erschossen. So. So, jetzt geht es hier los. Wumms, völlig. Dreckig grünerer. Aber wir müssen es mit Wasser, Power und Oxygen. Before we can use it. Die Sauerstoff-Positionen nun mal für die Mauer eines Moxie. Nimmt Sauerstoff aus Kohlendioxid. Das haben wir jetzt ja auf dem Mars wirklich als Experiment laufen lassen. Hat noch funktioniert. Schließt das Moxie mit Hilfe von Rohren an die Kuppel an. Sobald es bereit ist, Strom versorgt ist. Ein Moxie. Moxie, Moxie. So. Machen wir erstmal Strom. Nochmal ein bisschen. Der will jetzt ganz was anderes. Okay. Der will jetzt den Moxie. Der will jetzt den Moxie. ich kann nicht mehr beschleunigen so jetzt schon mal 26 war früher ungefähr so das maximus hinterpreis geflogen ist gleich so 67 und dann bin es war es das kommt noch eine neue hinter preis soll es nehmen die y dann noch genug buchstaben so der ist ja wo stehen kann man ja oder so einen großen sonnenkollektor andere dingen zu bauen haben sie noch keine lust dann machen wir noch mal prio hin also kärtchen macht ihr was zum bock keine lebensverhaltung ist mir aufgefallen strom wir haben noch ihn auf power sink so einer ist noch um wuscheln und metall aber sind die metaller die ich abbauen kann das dann kommen wir noch mal eine frachtpakete anfordern sagen wir brauchen für geld mittel habe ja eigentlich sehe ich das hier eingestellte safari ja warum ich Machen wir das mal. Mal gucken. Da wiegt es zum Mars, okay? da sieht man das und sonst gaut haben wir nicht um ressourcen zu finden das denke ich mir ja so gebaut da kann man ja noch so ein ding bauen kostet beton haben wir ja so schub die drehen sich aber ganz schön hier ja lassen wir besten laden machen wir da hin so gucken so saft haben wir jetzt minus da ist die rakete flop schon mal entladen nachdem die mir eine wird noch betankt so fleißig 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 kommen hier raus schön schön auch stelle ok der wird jetzt gebaut der sonnen kollektor so 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 jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr saft das ding wird auch gebaut wo ist gebaut jetzt heute gibt es sauerstoff da brauchen wir noch rohre hier und hier dem ding in die kuppel oder was einfach so oder muss man das irgendwie wieder anschließen das ist ja so ein ding das ist ja so ein ding so ja hier ist ein so zum anschließen jetzt pumpen die da sauerstoffe ein oder was strohmann jetzt hat er einen sauerstoff ok da kann jetzt ein gras von leben oder so wasser fehlt noch ok das ist ja wasserturm den haben wir noch nicht der muss auch noch extra da kommen wir den jetzt hier dran pümpeln kann man das alles selber machen so ich bin hier mario muss jetzt die rohre verlegen kann man die dann dran machen oder hier dran so ein ding bauen weil es selber rohr so sauerstoff wasser kann man durch die selber leitung oder so so ah ja jetzt haben wir ein wasser das wird hier so rein geblasen ok na ja großartig der maß ist gerettet wunderbar jetzt können wir einen golfplatz aufmachen im nächsten tutorial erfährst du alles über kolonisten und ihre bedürfnisse oh gott du kannst jetzt direkt mit fortfahren und einfach neue spiel starten und später wieder zurückkehren wenn du mehr darüber fahren möchtest gut dann sag ich mal machen wir hier mal schluss war schon mal interessant das so toll also ja ein bisschen kompliziert hier und da interessante ansätze dann muss sich da diese ganzen abläufe mal ein bisschen merken ähm ja aber interessant optik geht eigentlich auch ja das alles ein bisschen rundgelutscht halt aber die kleinen robbys sind ganz süß und so wie es gemacht ist bisher ja okay ich bin gespannt wie komplex dann diese kreisläufe noch alle sind oder werden bestimmt einiges dran feilen und kommt mir einiges auch bekannt vor aus ähm city skyline auch so mit den ressourcen nachts ausschalten und verkehrswege wahrscheinlich optimieren und die bürger deren bedürfnisse und so weiter da muss aber schon auch einiges dran machen und geld verdienen ist ja auch noch irgendwie da bin ich mal gespannt naja aber schauen wir mal weiter in der nächsten folge was wir da mit den kolonisten machen ähm wie das mit denen ist was wir mit den zickigen kolonisten machen ob die direkt aus der luftschleuse raus dürfen wie man die auswählt ja wie kommen die überhaupt dahin wer ist das dürfen die haustiere mitbringen kommt auch das kaninchen und der hund mit oder was dann brauchen wir auch einen baum naja werden wir mal sehen ähm ja also wenn euch das gefallen hat dann lasst ein like da guckt auch in die nächste folge rein wenn ihr wollt und dann sage ich mal äh wir haben zuerst mal Surviving Mars gespielt und auf dem Mars überlebt zumindest das Tutorial war ganz spaßig und dann bis zum nächsten mal vielen dank fürs zuschauen und ähm hi ho Mars oder was man da sagt gibt es auch im Spruch keine Ahnung äh goodbye